Willkommen zum Journeys Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Faubel und regelmäßig bekommt ihr hier inspirierende Menschen und Storys präsentiert, die euch dabei helfen können, euer eigenes Potenzial zu erkennen. Im Dialog beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss Psychedelics auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und inneren Heilung spielen. Wir teilen Erfahrungen und stellen sowohl traditionelle als auch moderne Mental Health Tools vor, die dich auf deinem Weg begleiten können, das Leben zu führen, wonach sich dein Herz sehnt. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, wertvolle Impulse and let the journey begin. Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren unglaublich schönen Episode, die ich mit euch teilen darf. Ich hatte mit der Joanna Wenzel hier die vergangenen 48 Stunden eine extrem geniale Begegnung teilen dürfen und wir haben heute beschlossen, eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen und ihr werdet Joanna sehr, sehr, sehr intim und sehr persönlich kennenlernen dürfen. Was macht Joanna? Joanna ist seit über zehn Jahren systemischer Coach, Trainerin, Hypnotherapeutin und Doula und noch vieles weitere Mutter von zwei Kindern, Ehefrau etc. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es vor allem um ihre eigene Journey, die sehr außergewöhnlich ist und sehr speziell begonnen hat. Und zwar hatte Joanna eine tatsächlich sehr schwer traumatisierende Geburt, bei der sie als Säugling in einem Park in Paraguay ausgesetzt und erst einen Tag später von Menschen in diesem Park gefunden wurde. Jetzt kann man sich das vielleicht vorstellen, was das mit dem Kleinkind und Säugling macht, aber nicht so wirklich. Und ich wollte in der Folge heute aufzeigen, wie dieser Verlust von Verbindung in ihrem Leben schon direkt zum ersten Zeitpunkt des Lebens, direkt nach der Geburt, was das für Auswirkungen hat in unserem Leben, wie es sich manifestiert und äußert in körperlichen, psychischen und emotionalen Leiden und wie ihre Journey sich entwickelt hat bis zu dem heutigen Zeitpunkt. Wir sprechen über ihren Ausbruch der posttraumatischen Belastungsstörung, der Depression, die sie schon mit zwölf Jahren hatte, ihre diversen Klinikaufenthalte, wo sie von einem Standort zum nächsten durchgeschleust wurde, wie hier im Westen dieses System, mit dem wir arbeiten, ihr nicht helfen konnte und ihr gesagt wurde, du wirst für immer irgendwie nicht frei sein können. Du wirst immer eingeschränkt leben müssen, du wirst keine Mutter werden können etc. Wie sie geprägt wurde von diesem westlichen System, die Glaubenssätze, die sie dadurch entwickelt hat und wie sie dann durch diesen gesamten schmerzhaften Prozess dennoch nie die Hoffnung verloren hat und das Gespür nach etwas mehr da draußen. Und diesem mehr da draußen gefolgt ist, wie sie einen sehr viel mehr holistischeren Ansatz für sich entdeckt hat, angefangen hat, auch mit Pflanzenmedizin, mit Psychedelika zu arbeiten. Wir sprechen über ihre erste 5-MEO-DMT-Erfahrung, die sie mit einer Schamanin hatte, wie diese Arbeit ausgesehen hat und wie sie letztendlich durch eine sehr, sehr, sehr lange Reise die Verbindung zu ihrem Kern, zu ihrem Ursprung wieder entdecken konnte. Was das für Auswirkungen hat, dass es um das, genau das geht, um die Arbeit hin zu unserem Ursprung, in unsere Essenz, in die Liebe wieder zurückzukommen, um zu erkennen, wer wir tatsächlich sind, um von dort an unser wahrhaftiges Leben zu leben. Das alles und noch sehr viel mehr erfahrt ihr heute im Gespräch. Die Folge mit Joanna soll euch allen voran Mut schenken, dass egal wie tief ihr euch selbst in eurem eigenen Prozess derzeit befindet, es immer einen Weg heraus gibt und dass am Ende euer eigenes Geschenk auf euch und für die Welt wartet. Ich möchte euch gerne einladen, bei der Folge vielleicht die Augen zu schließen und euch sehr bewusst auf diese Folge einzulassen und zu spüren, was es mit euch macht, ob es mit euch in Resonanz geht und wenn ja, ihr diesem Calling folgt, dass ihr diesem Ruf ins Unbekannte folgen könnt und falls ihr euch berufen fühlt, euch sehr gerne melden könnt und wir schauen können, ob und wie wir euch an der Stelle unterstützen können auf eurem eigenen Weg. Wir werden in Zukunft noch sehr viel mehr zusammen sprechen und planen auch zukünftig gemeinsame Arbeit zu machen, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Für den heutigen Moment soll es erstmal genügen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören, beim Lernen, beim Lauschen in die Stille, in die Tiefe von dem Gespräch. Und bei den Erkenntnissen, die ihr von Joana bekommen könnt, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin, wie immer, be yourself. So meine Liebe, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Wir hatten jetzt die vergangenen zwei Tage sehr intensive Zeit miteinander verbracht. Ich bedanke mich hier nochmal offiziell dafür. Es war wunderschön. Ich habe sehr viel gelernt. Ich durfte sehr, sehr, sehr viel mitnehmen, darf noch eine Menge integrieren davon. Ich freue mich auf alles, was daraus noch weiter entstehen wird. Wir haben, ich glaube, eine sehr, sehr ähnliche Ausrichtung von dem, was wir machen. Auch von der Geschichte her gibt es da gewisse Überschneidungen und von dem, was wir glauben, was die Welt am meisten braucht. Und ja, ich habe deine Geschenke jetzt persönlich einfach erleben dürfen und verstehe jetzt noch mehr, wer du bist und erkenne noch mehr in dem, was du jetzt tust, deinen eigenen Weg. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Wie das Ganze angefangen hat bei dir, dass du jetzt auch mit Medizin arbeitest, dass du aber auch im Coaching Leute unterstützt und im Prinzip Menschen ähnlich wie ich auf ihrem eigenen Weg zu mehr Selbsterkenntnis und zu einem erfüllteren Leben begleitest, was auch immer das dann für die individuelle Person bedeutet. Bevor wir da aber einsteigen und sagen, wie konkret du mit Leuten arbeitest und was du tust, ist es vielleicht ganz spannend, ganz speziell bei dir anzufangen, wie dein eigenes Leben begonnen hat. Und ich spreche jetzt hier auf dem Podcast. Der Titel von dem Podcast heißt Journeys, die eigene Reise zu einem selbst. Und bei dir hat die sehr außergewöhnlich begonnen. Und ich spreche viel in dem Format über Traumata und das, was übersehen wird bei uns aus meiner Sicht sehr stark, woher diese Urverletzung emotional und seelisch rühren und wie wir dann im Erwachsenenleben versuchen, die mit irgendwelchen Tätigkeiten und Mechanismen im Außen zu klären, wobei wir diese innere Arbeit übersehen und diese emotionale Nachnäherung von diesen Wunden nicht passiert bei den meisten Leuten. Und bei dir, ich meine, früher hätte es nicht beginnen können in deinem Fall. Du bist nämlich auf die Welt gekommen und vielleicht erzählst du es einfach selber. Wie hat dein Leben begonnen im Prinzip? Hallo Alexander, schön, dass ich hier sein darf und mit dir auch diese wundervollen letzten 48 Stunden verbringen durfte. Ja, zu deiner Frage. Mein Leben hat begonnen im Botanischen Garten von Asunzion, wo ich nach meiner Geburt von meiner Mutter hingebracht wurde, weil sie, die Gründe sind nicht klar, ich habe es nie wirklich erfahren dürfen, nicht mit mir zusammenleben konnte. Ja, sehr wahrscheinlich war sie sehr arm. Es gibt aber auch andere Theorien dazu. Vielleicht werde ich es irgendwann rausfinden und sie mich dann quasi in den Botanischen Garten gelegt hat, in der Hoffnung, dass mich da jemand findet als Ort, der belebt ist. Und da habe ich sehr wahrscheinlich 24 Stunden, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger verbracht. Das ist in Paraguay, in Südamerika genau. Und bin dann von da gefunden worden und in ein Kinderheim gekommen. Das heißt, dein, ich erblicke das Licht der Welt war dann nicht wie wir es hier klassisch kennen mit, okay, Hebamme hilft an der Stelle, man kommt im Krankenhaus zur Welt oder zu Hause zur Welt, wird dann in die liebevolle Arme der Mutter oder der Eltern genommen, sondern das war direkt, ich komme hier auf die Welt, ich werde ausgesetzt, bin komplett alleine, ich weiß noch gar nicht, was hier passiert, also als Kleinstsäugling. Und du bist einfach für einen Tag lang komplett in der Natur. Zum Glück kann man jetzt sagen, dass es irgendwie in botanischer Garten Natur war, die dich da vielleicht ein bisschen gehalten hat, aber trotzdem komplett alleine. Man kann sich da, glaube ich, nicht wirklich ausmalen, nur vorstellen, was das bedeutet für so ein kleines unschuldiges Pflänzchen, ja, so ein kleines Wesen. Und dann wurdest du gefunden und dann irgendwann auch von deutschen Eltern adoptiert und die haben dich dann hier mit nach Deutschland gebracht. Und dann ging es weiter bei dir im Leben. Und ich würde ganz gern darauf aufbauen, so ein bisschen verstehen, okay, wie hat sich dann danach dieses Urtrauma bei dir geäußert und gezeigt? Wann hast du das zum erstmal erkannt, wie hat es sich geäußert und wie hat ab dann so ein bisschen dieser Weg, dein eigener Weg der Heilung begonnen? Mit wahrscheinlich am Anfang ganz viel Schmerz, Confusion und so weiter. Und wie hast du dich dann nach und nach genähert? Vielleicht kannst du da mal so die wichtigsten Stationen skizzieren, die sich dann dir im Prinzip gezeigt haben. Und wir haben schon ein bisschen dazu gesprochen, ich weiß, die waren nicht ohne, dass da Leute so ein Gespür für bekommen von, oh shit, so tief kann es da gehen. Ja, mein Grundgefühl war immer, dass ich mich nie mit der Welt verbunden gefühlt habe. Und daraus resultiert, hat auch nicht mit mir selbst, ja. Ich gefühle, gar nicht genau wusste, was ist das eigentlich, ja. Also so eine Disconnection von mir eigentlich eingetreten hat. Und was du angesprochen hast, ein Glück war es der Botanische Garten. Das darf ich dann viel später in meinem Leben noch rausfinden, was das eigentlich für eine Bedeutung hatte, diesen Kontakt mit der Natur zu haben. Und ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Berlin mit meinen Eltern und hatte, würde ich sagen, eine relativ normale junge Kindheit, ja. So bis zu meinem sechsten, siebten Lebensjahr bin ich relativ normal groß geworden. Und dann hat es so langsam angefangen, dass ich gemerkt habe, irgendwas fühlt sich für mich nicht gut an. Ich habe mich fremd gefühlt meistens, nicht zugehörig in der Grundschule, auch in meinem Elternhaus oft gedacht, was mache ich hier eigentlich, sind so anders. Hatte immer einen guten Zugang zur Spiritualität, zur geistigen Welt, was meine Adoptiveltern, würde ich sagen, so aber im Keim erstickt haben, weil sie selber nicht damit umgehen konnten, weil sie auch daran erinnert hat, woher ich komme. Ich habe am Anfang noch Fragen, als ich es dann verstanden habe, über meine Mutter, meine leibliche Mutter gestellt, wo sie auch oft gesagt haben, die hat dich weggegeben, die wollte dich nicht, sei froh, dass du bei uns bist. So kann mich speziell an ein Gespräch erinnern, was sehr, ja, mich nachhaltig auch beeinflusst hat, wo mein Vater gesagt hat, ja, sie wollte dich einfach nicht haben und was ist das für eine Mutter und sei dankbar, dass du jetzt bei uns bist. Und ich könnte nie verstehen, wenn du da zurückgehen würdest an deine Wurzeln. Und von da an habe ich aufgehört zu forschen, zu fragen und habe mich angepasst, so gut wie es geht. Hab dann Anfang Pubertät, bin ich mehr, habe mehr gemerkt, okay, ich bin einfach in Depressionen, ja, würde ich jetzt so ausdrücken. Ich habe irgendwann aufgehört zu essen, ja, habe mich zurückgezogen, war nicht gut in der Schule. Meine Eltern sind depressiv geworden, hatte ich zumindest den Anschein. Später habe ich herausgefunden, dass sie es immer waren, haben Alkohol angefangen zu trinken, auch dann, also habe ich rausgefunden einfach, dass es auch früher so war. Und bin mit zwölf, hatte ich meinen ersten Klinikaufenthalt mit einem Gewicht von 42 Kilo damals. Ich bin 1,68 groß, also extremes Untergewicht. Und von da an hat eine Klinik Odyssee tatsächlich begonnen. Ja, krass, mit zwölf Jahren, so du sagst, da wurde zum ersten Mal festgestellt oder du hast festgestellt, okay, die Depression ist da mit zwölf. Ja, ich rede hier viel mit Leuten, die dann nach dem ersten Karriereerfolg und dann nach der Scheidung oder irgendwas vielleicht mal damit konfrontiert wurden, bei dir so, so früh. Und das war ja nur der Beginn, wir sind jetzt gerade bei zwölf Jahren. Ich weiß, es geht noch eine Weile weiter. Vielleicht da mal kurz einen Break. Du hast es gerade angesprochen. Die Ursache, klar, du wurdest ausgesetzt, alleine gelassen und wie wichtig es ist zu verstehen in dem Kontext, wir sind evolutionsbiologisch so ausgerichtet und programmiert, dass wir Nähe brauchen, um zu überleben. Und zwar so stark, dass hättest du noch ein oder zwei Tage länger im botanischen Garten gelegen, du wahrscheinlich gestorben wärst. So sehr brauchen wir Nähe und Verbindung. In erster Linie zu unserer Mutter, leiblichen Mutter oder zu einer Mutter und dann im weiteren Leben auch zu anderen Menschen. Und wir sind Social Creatures. Ohne das gibt es diverse Studien, die das nachweisen. Lebenserwartung schrumpft, Risiko für Krankheiten im älteren Lebensstadium wachsen, je mehr man alleine ist und keine interaktiven oder sozialen funktionsfähigen Beziehungen führen kann. Das heißt, die Wichtigkeit von Verbundenheit und Verbindung in zwischenmenschlichen Beziehungen direkt am Anfang begonnen mit der eigenen Mutter. Jetzt kann jeder, der das hört, so ein bisschen reflektieren und wie die Verbindung zur eigenen Mutter oder zu den eigenen Eltern war, jetzt ist und wie die früher einen schon ganz, ganz früh mitgeformt hat. Ob man das weiß oder nicht, ist es passiert und alles hat einen Einfluss. Wie fühlt sich die eigene Mutter während der Schwangerschaft? Ist sie schon depressiv gewesen davor? Gab es viel Streit mit dem Partner während der Schwangerschaft? Gab es da so Gespräche wie, oh Gott, ja, jetzt haben wir ein Kind. Wir wollten es eigentlich gar nicht. Sollten wir es abtreiben oder nicht? Und dann wird diskutiert für Monate und dann wird es behalten. Und all das hat schon Einfluss, bevor überhaupt das Baby auf die Welt kommt. Das heißt, diese ganzen Imprints, die dann stattfinden, haben alle eine Auswirkung nachher. Jetzt war es bei dir der krasseste Fall, den man sich vorstellen kann. Du wurdest komplett ausgesetzt und dann von deinen Adoptiefeldern im Prinzip auch noch geprimed zu sagen, so sei froh. Also auch noch dieses Schuld und diese Scham, die da noch mit dazu kam. So jetzt sei froh, dass du bei uns bist und jetzt halt die Klappe. Ja, so lebe jetzt dein Leben, aber frag nicht weiter danach. Der Ursprung und wir haben die letzten 48 Stunden viel über den Ursprung gesprochen und die Arbeit, die wir beide teilen, Menschen zu diesem Ursprung zurückzuführen, in sich selber. Was das heißt, zu dem eigenen Herzen und diese Verbindung mit dem, dem wahren Teil in einem, die Essenz wieder spüren zu lassen. Das war so ein bisschen der, jetzt rückblickend kannst du es wahrscheinlich sagen, das größte Geschenk für dich, aber boah, hat angefangen mit dem größten Trauma und dem Schmerz. Du warst zwölf und diese Verbindung, die dir gefehlt hat zu deiner eine Mutter, die hat dann zu gewissen Ausbrüchen geführt, die sich in deinem körperlichen Dasein auch manifestiert haben. Du hast gesagt, eine Essstörung, die angefangen hat, du hast keine Lust mehr zu essen. Depression, die dir stattgefunden hat, weil du nicht wirklich fühlen konntest. Jetzt dadurch, dass du auch Coach bist und viel mit Emotionen und Leuten hilfst, ins Fühlen zu kommen, kannst du da mehr zu sagen. Aber dieses, der Schmerz, der da drunter gelegen hat, die Angst vor diesem allein gelassen werden, niemand ist für mich da, ich werde sterben. Also es ist ja wirklich, wenn man ganz, ganz runter geht, eine Todesangst. Also im Kern ist es, dieses Baby, das noch keinen präfrontalen Cortex entwickelt hat, das noch nicht denken kann, so wie wir das tun, noch keine logischen Zusammenhänge existieren. Es ist einfach nur reines Empfinden und Wahrnehmen als Säugling. Und diese Empfindung von, ich sterbe bald, Todesangst, du schreist, keiner kommt, das ist so, was ist hier los? Ich komme auf die Welt, weiß noch gar nicht, was hier abgeht und ich bin einfach nur lost, alleine, ohnmächtig, hilflos, komplett verloren. Wenn man sich das mal vorstellt und die Leute, die zuhören, die Kinder haben, die, da stellen sich wahrscheinlich alle Nackenhaare hoch, aber sich selber vorzustellen, man ist dieses kleine Baby und man wird da komplett rausgeschmissen, alleine gelassen. Was das mit dem Körper, mit einer Psyche, mit diesem Wesen macht, unglaublich krass. Und ich wollte den Bogen jetzt spannen, so für das, was jetzt danach kam, du hast gesagt, mit zwölf erst der Klinikaufenthalt und dann kam eine Odyssee an weiteren Klinikaufenthalten. Du wurdest im Prinzip durch unser System durchgeschoben, das gesagt hat, so, du bist hier defekt, da hast du einen Defekt, Essstörung wirst du dein Leben lang haben. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Ich weiß, du hast auch eine Hautkrankheit entwickelt, vielleicht so einfach, wie ging es dann weiter und wie hat sich dein Körper und der Ausdruck dieses Urtraumas und dieses Schmerzes in deinem Leben manifestiert? Genau, du hast schon gesagt, das war tatsächlich das Urtrauma, was ich daraus entwickelt habe und viel später habe ich verstanden, wie du es gerade schon erklärt hast, was ist eigentlich passiert und was es mit mir gemacht hat. Ich habe meine Gefühle abgeschaltet. Ich habe irgendwann nicht mehr gefühlt. Und durch die Essstörung hatte ich Kontrolle, konnte ich kontrollieren, was ich nicht kontrollieren konnte. Später auch dieser absolut toxische Haushalt meiner Eltern, wo ich mich nie sicher gefühlt habe. Mein Vater ist betrunken, ins Zimmer gekommen, hat rumgeschrien, meine Eltern haben sich gestritten. Ich hatte einfach diese Sicherheit, wo ich so ein Belonging hatte und so ein Craving, habe ich nicht bekommen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, also hier fühle ich einfach nicht mehr. Die Essstörung war das erste, woran ich das gemerkt habe, extremer Sport, um einfach mich abzulenken, nicht mehr zu fühlen, nicht mehr zu Hause zu sein. Und in meinem allerersten Klinikaufenthalt war ich überhaupt nicht in der Lage, die Fragen der Psychologen zu beantworten, dort reinzugehen. Das heißt, ich habe auch da keine Sicherheit erfahren. Ich habe eine, ich habe Neurodermitis entwickelt, also nicht nur ein bisschen, sondern mein ganzer Körper war übersät mit offenen Wunden. Ich hatte auch da immer wieder Klinikaufenthalt für ein, zwei Tage, wurde mit Vertison behandelt, hatte am ganzen Körper Verbände, sah natürlich auch entstellt aus, was in der Pubertät ein Riesen, kam noch on top dazu, einfach zu Leuten, die geguckt haben, die anderen Kinder, die mich angestarrt haben, gefragt haben, was ist mit dir? Also auch da wieder die Bestätigung zu bekommen, wer bist du eigentlich? Und auch in meiner Klinik Odyssee zu merken, ich bekomme keinen wirklichen Kontakt zu den Menschen, die mir helfen wollen, ja. Da zu merken, da ist kein Weg, ich merke keine, keine Geborgenheit, die ich mir so sehr gewünscht hätte. Und gleichzeitig auch das Gehaltensein da drin, ich kann mein Herz auch gar nicht öffnen, so. Und ich habe in Deutschland tatsächlich, glaube ich, so alle, alle namhaften und guten Kliniken gesehen. Ich möchte niemanden verurteilen dafür, ja, kein, also das geht, das ist kein, kein Blaming für die, für die Kliniken oder Therapeuten. Ich glaube, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, jeder tut sein Bestes, ja, in dieser Arbeit. Und gleichzeitig, für mich war nach wie vor dieses Craving nach mehr da. Craving nach, da muss es doch mehr geben als eine Therapiestunde pro Woche und eine Gemeinschaft, in Anführungsstrichen, in der Gruppe, die sich für mich aber immer noch nicht wie Gemeinschaft angefühlt hat. Meine Eltern waren kein einziges Mal zu Besuch in diesen Klinikaufenthalten. Also ich bin meistens mit dem Taxi alleine hingefahren, habe mich da selber eingewiesen, bin zurückgekommen, hatte da also auch keine familiäre Unterstützung in dieser Zeit und habe wirklich meinen Weg irgendwie, ja, mittlerweile weiß ich, wie, da durch diesen Dschungel geschafft. Und wir reden von 15 Jahren, ja. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal aufgeschrieben, irgendwas zwischen 60 und 70 Psychologen und Ärzte in der Zeit gesehen. Die meisten haben gesagt, du wirst überleben, wenn du dir Mühe gibst, ja. Du wirst sehr wahrscheinlich in einer Wohneinrichtung wohnen müssen mit deiner, mit dem Schweregrad an diagnostizierten Störungen. Posttraumatische Belastungsstörungen kamen irgendwann auch noch dazu. Ich habe ein selbstverletzendes Verhalten entwickelt, habe mir in die Arme geritzt, in die Beine, Wunden, die wirklich versorgt werden mussten, dann auch im Krankenhaus. Ja, es war so, dass viele, viele, viele Ärzte gesagt haben, es wird, wird so werden, dass du irgendwie überleben kannst. Sprich, mein Satz, mein Grundglaubenssatz hat sich da manifestiert. Ich werde vielleicht irgendwie überleben, ja. Habe ich später auch gelernt, dass ich mir da auch was selbst kreiert habe. Letztendlich mein größtes Learning, mein größter Segen, der dort passieren konnte. Und mir wurde gesagt, du wirst niemals Kinder haben können durch diesen schweren Mangel, den mein Körper da die ganze Zeit erleiden musste. Und ja, so dachte ich mit 16, 17, okay, das wird mein Leben werden. Ich werde bei meinen Eltern ausziehen. Ich werde niemals wirklich gut leben können und habe mich dann damit abgefunden. Jetzt schaue ich gerade in ein Gesicht, das nicht entstellt ist, in eine wunderschöne Frau, in eine Mutter von zwei Kindern, die in einer liebevollen Partnerschaft lebt. Sehr gut lebt, würde ich meinen. Und es ist komplett anders nachher gekommen, zum Glück. Und da gibt es verschiedene Abzweigungen, die ich gehen könnte. Zum einen dieses, okay, du kamst in ein System, das nicht wusste, wie mit dir umzugehen ist. So, wenn man dich von außen dann gesehen hat, in der Zeit war es so, okay, Hautkrankheiten, die ist depressiv. Wir schicken sie ja schon in jede Klinik, aber nichts funktioniert. Hast du Antidepressiva bekommen? Also vor das Programm, auch medikamentös unterstützt, ja, so vom, also sie kriegt ja schon das Beste vom Besten. Wir können nicht mehr machen. Wir müssen uns jetzt halt damit abfinden, dass es so bleibt. Ich meine, diese Aussage allein zu bekommen in so jungen Jahren und du warst dann noch so im Teenage-Alter, als es begonnen hat, was macht das mit einem Kind, ja, und da jugendliches Kind. Es ist so, ja gut, die haben schon Ahnung und dann wird das wohl schon so sein. Dieser Glaubenssatz, der dann so ganz tief verankert wird und wenn wir über Glaubenssätze reden, wissen wir, dass darauf nachher alles basiert, wie wir unsere Welt kreieren und wie wir leben, dass wir alles danach ausrichten und die sind so unterbewusst verankert. Da nachher heranzukommen ist spannend und da reden wir nachher über Psychedelika und die Arbeit mit Pflanzen. Das war so tief bei dir drin und verankert. Dann hast du gerade gesagt, ich hatte immer das Gefühl, ich kann mit den Leuten nicht connecten, die mir da helfen sollten. Und da hast du gesagt, da muss es doch noch mehr geben. Was ich direkt gehört habe war, da muss es doch noch tiefer gehen, als das, was mir hier an der Oberfläche präsentiert wird. Und bei der Arbeit, die wir beide sharen, geht es darum, dass wir tief in uns reinfallen, tief zulassen, was da in uns schlummert. Und bis dato wurde dir halt von diesem, was man im Außen eben so tun kann, System geholfen, so die Symptome zu behandeln. So Hautkrankheiten, wir nehmen Salben, bandagieren dich ein. Du hast eine Essstörung, also sorgen wir jetzt dafür, dass du einen Essensplan bekommst und dass wir überlegen, wie du halt Nutrients in deinem Körper bekommst. So diese ganzen äußeren Begleiterscheinungen von diesem Urtrauma außen zu behandeln, eine Symptombehandlungs, sag mal, Odyssee hinter dir zu haben und noch ein Treatment, noch ein Treatment und der guckt noch mal drauf und sagt dir auch, ja, vielleicht probieren wir noch das. So, wir patchen überall auf diese ganzen Wunden, bei dir waren es tatsächlich sprichwörtlich Wunden, überall Pflaster drauf, aber dieser Kernschmerz, der ist einfach die ganze Zeit da und du hast es in deinen Worten gesagt, du hast immer schon gespürt, da ist irgendwas tief in dir drin und vielleicht konntest du es auch herleiten irgendwann in der Zeit, so gut, ich wurde weggegeben und da muss irgendwas damit zusammen, dieses Longing nach, wo war meine Mutter, wo kommt meine Familie, wo ist die eigentlich, wo komme ich eigentlich her. Du hast auch gesagt, ich sehe ein bisschen anders aus als andere, du kommst aus Paraguay, aus Südamerika, das war immer so, bin ich irgendwie hier richtig, bin ich nicht, wo gehöre ich hin? Diese Zugehörigkeit und da muss es doch noch mehr geben und da möchte ich gerne jetzt rein, so dieses, was hat dich dann dazu geführt, in diesem Umstand, in dem du dann warst, so lange Zeit, A, nicht aufzugeben, so, wenn man das hört, denkt man sich so, boah, wie hat die Frau das hing, also ich selber denke mir, boah, ich kenne meine Geschichte und die war sauanstrengend, aber wenn ich deine höre, die muss ich direkt, also schlafen gehen, ja, es ist so anstrengend. Wie hast du es geschafft, nicht aufzugeben? Was hat dich da vielleicht geführt und wie hat es dann dazu geführt, dass du mehr in diesen Prozess nach innen, in dieses, was du vielleicht lange Zeit nicht beschreiben konntest, aber insgeheim wusstest, wo die Antwort nachher steckt? Wie hat sich der Weg gezeigt und wie war dann dein Einstieg in dir, die Reise zu dir im Prinzip? Ich würde sagen, es war haarscharf. Ich hatte zwei Selbstmordversuche tatsächlich, die wirklich haarscharf waren, also ich war mir sehr sicher. Und im Nachhinein weiß ich, dass da die Führung immer da war, ja, irgendwas, was mich beschützt hat, das nicht zu tun. Und danach, nach dem, nach meinem zweiten Selbstmordversuch, da fing es an zu denken, okay, da muss noch mehr sein. Es war so eine ganz im tiefsten Dunklen irgendwas, was mir von da an Hoffnung gegeben hat, weiter zu gehen und immer weiter zu gehen, egal wie dunkel, auch wenn ich vier Wochen im Bett wieder verbracht habe, wieder den Arzt gewechselt habe, dieses ich gehe weiter und weiter. Dann habe ich angefangen, Modedesign zu studieren. Wir sind jetzt so bei 20 Jahren angelangt, habe zum ersten Mal eine Welt außerhalb meiner Familie kennengelernt, war immer noch sehr mit meinen eigenen Emotionen, hatte immer noch auch große Pausen, die ich nehmen musste, da drin auch immer wieder Klinikaufenthalte. Habe aber das Gefühl gehabt, ich habe so über meinen Tellerrand geguckt, ja. Und das hat mir, glaube ich, gut getan, würde ich einfach im Nachhinein sagen. Es war natürlich eine oberflächliche Welt, ja, die Welt der Mode. Ich bin dann viel gereist, war in Paris. Dann kam mein Ex-Mann in mein Leben, der ganz viel da reingebracht hat an Liebe, Liebe, Geborgenheit, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, oh, ich kann einfach sein und da ist jemand. Und dann kam unser wundervoller Sohn auf die Welt, der auch nochmal so viel Heilung gebracht hat, weil ich war dann auch für jemand anderes verantwortlich, ja. Ich konnte zum ersten Mal spüren, es stimmt nicht, was mir gesagt wurde, ja. Ich kann Kinder bekommen. Ich konnte so ein Stück weit auch sagen, okay, es geht nicht nur um mich, sondern es geht jetzt auch um die nächste Generation. War immer noch nicht ganz über den Berg, habe immer noch oft Psychologen gesehen, Ärzte gesehen. Habe dann mit 25 eine radikale Ernährungsumstellung angefangen, bin komplett auf vegan umgestellt und habe eine Woche lang eine Saftkur gemacht. Das hat mir, glaube ich, zum ersten Mal eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung gebracht von mein Körper kann selber heilen. Ich habe eine Eigenermächtigung dadurch bekommen, wo ich gesehen habe, es gibt andere Wege, ja. Ich habe zu der Zeit auch alle möglichen Nahrungsergänzungsmittelprodukte gehabt, nichts hat so wirklich geholfen, sondern es war letztendlich dann mit der Saftkur die Entscheidung, okay, ich tue etwas für mein Leben, ja. Und wir wissen, es herrschen tausend Ernährungskonzepte sind da draußen und so die Message, finde deinen eigenen Weg da drin. Ist es vegan, sind es Saftkuren, was auch immer ich mache, so was ist meine Intention da drin, so was ist meine eigene Medizin. Und diese Woche war im wahrsten Sinne des Wortes, magisch, ja. Viele beschreiben es dann auch, wenn ich deine Podcasts höre, es war ein Awakening Moment, okay, alles klar, ich gehe diesen Weg und merke, es kommt eine nächste Stufe. Ja, wow, das Eigenermächtigungsthema ist so, so, so wichtig. Du sagtest, finde deine eigene Medizin. Ich weiß, du hast dann auch, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt dann im Anschluss kam, aber du hast dann auch mit Yoga begonnen als weiteres Instrument oder als vielleicht einen Weg sogar zu sehen, der da rausgeführt hat. Jetzt sind wir so um die 20 plus minus, hast du ja gesagt. Dein Ex-Mann, dein Sohn, dieses, okay, ihr habt mir erzählt, das geht nicht. Es geht sehr wohl. Licht, das vielleicht da mit reinkam zum ersten Mal. Man stellt sich vor, du warst jetzt schon 18 Jahre lang in der Klinik rein, raus, Therapeutenheil und die ganze Zeit da unterwegs. Unglaublich anstrengend. Hast, by the way, noch nebenbei Modedesign studiert und noch dein Leben geführt und aufgebaut und erstmal da fetten Respekt. Ja, diese Kraft, die da schon immer in dir drin war und ich habe sie die letzten zwei Tage erfahren dürfen. Ich glaube, du bist mit einem gewissen, mit einer Absicht und einem Grund hierher gekommen und die Schule, die da vorausging, die war notwendig, damit du jetzt diese Kraft hast, um andere auch in diesen Räumen halten zu können. Und dennoch unglaublich, immer wenn ich diese Geschichten höre, ich mir denke, boah, fuck, ja, das ist, es gehört dazu, aber boah, ist es anstrengend. Ja, und wie du sagtest, bei dir zum Teil zweimal kurz davor, kurz vor zwölf, zum Glück nur kurz davor, ging weiter und dann hat auch irgendwann dieser Weg hin zu einer psychedelischen Erfahrung geführt. Und ich glaube, das ist jetzt so die Bridge, zu der ich kommen möchte. Ich weiß, deine erste war auch direkt mit dem Psychedelikum, das vielleicht nicht so einstiegskonform für die meisten ist. Ja, du hast mit 5MEO-DMT dann eine erste Erfahrung gehabt. Und vielleicht, um jetzt so ein paar Stationen zu überspringen, so wie kam es dann zu der Erfahrung und was hat die mit dir gemacht? Ich weiß, was passiert ist, aber in deinen Worten, was hat die gemacht? Und auch für die Zuhörer so, wir reden über Psychedelika als Werkzeuge. Ich sage dir so oft, die sind nicht die Heilung an sich, die sind der Katalysator, der Öffner, ein Instrument wie das Mikroskop für die Biologie. Ja, und das Fernglas für die Astrologie ist Psychedelikum das Werkzeug für die Innenschau, für die eigene Seele, für die inneren Themen. Und du hast das genommen, das die größten Verstärkungseffekt hat. Was ist da passiert? Ja, ich habe mich dann von meinem Ex-Mann getrennt. Wir sind nach wie vor gute Freunde. Ich werde ihm für immer dankbar sein für diesen ersten riesengroßen Schritt von diesem Gefühl, auch von Geborgenheit und Liebe. Und bin dann ein paar Jahre später in eine neue Beziehung gegangen mit dem Vater meiner Tochter. Und da fing, glaube ich, die wirkliche Heroin's Journey an. Ja, wir waren in Beziehung und ich habe gemerkt, wir ergänzen uns super. Wir haben diesen Coaching-Aspekt gemeinsam. Ich habe Coaching-Ausbildung angefangen zu tun, habe unglaublich viele andere Dinge gemacht, habe wirklich, war ein Seeker in dem, was gibt es noch. Das hat wahnsinnig viel Heilung gebracht, wo ich über ihn auch drangekommen bin, reingekommen bin. Er als Mensch hat mich ein unglaubliches Stück nach vorne gebracht, weil er diese systemischen Prinzipien einfach lebt und verkörpert. Und ich dachte, ich habe zum ersten Mal gesehen, da gibt es mehr als Psychotherapie. Wir sind Systeme, alles steht in Wechselwirkung miteinander. Das war der Beginn von dem, welche alternativen Konzepte sind eigentlich da. Habe aber gemerkt, ich bin nicht glücklich. Und mein Verstand hat gesagt, das gibt es doch nicht. Jetzt hast du deinen Traummann, ja. Du hast nochmal das Geschenk von einer wunderwundervollen Tochter bekommen und habe gemerkt, die Depression kommt wieder. Habe angefangen, mich wieder zu verschanzen, habe viel Schlaf gebraucht einfach. Die Ärzte haben gesagt, vielleicht doch nochmal Antidepressiva. Und dann dachte ich mir, nee, das muss was anderes sein. Und bin dann nach Bali gegangen, habe dort bei Ibo Robin die Dula Ausbildung gemacht. Die Dula ist eine emotionale Begleiterin der Frau für die Geburt und die Zeit danach und davor. Und habe da erkannt, oh Gott, okay, es geht zurück, ja, wo ich davor nicht hingehen konnte, zu meiner eigenen Geburt, zum Ursprung, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und das war ein Aha-Moment. Ich habe, glaube ich, nur gerollt, den ganzen Kurs lang, ja. Und es liefen nur so die Tränen. Ich habe eigene Geburten dort gesehen, habe dann später in Bali auch viele begleitet. Und das war so viel Heilung für mich, ja, zu sehen, okay, das ist der Kreislauf. Ja, du wirst geboren, es braucht Unterstützung. Ich habe zum ersten Mal meine leibliche Mutter auch spüren können, verstanden, was sie für ein Leid haben musste. Ja, ich habe selber zwei Kinder. Wie fühlt sich das an, dein eigenes Fleisch und Blut wegzulegen? Ja, bin da wirklich in die tiefe Versöhnungsarbeit zum ersten Mal gegangen, auch mit Hilfe von diesen wundervollen Frauen, die mit in dem Retreat waren, in der Ausbildung. Und bin dann dort in Bali geblieben, ja. Habe da dann angefangen, mein Projekt zu starten, die Arbeit mit schwangeren Frauen. Auch wenn es mich jetzt auch woanders hingebracht hat, ja, ist das immer noch ein großer Bestandteil, auch meine Arbeit, schwangere Frauen, Mütter zu unterstützen. Auch Frauen, die postnatale Depressionen haben, vielleicht keinen Kontakt zu ihrem Kind aufbauen können. Und diese Zeit in Bali war für mich life changing, ja. Ich bin dann in Kontakt gekommen mit dem 5MEO, was du auch gesagt hast. Und das war wiedergeführt absoluter Zufall. Ich wusste nicht, was Substanz machen kann. Ich wusste nicht, was es eigentlich überhaupt ist, ja. Sondern ich habe eine unfassbare Schamanin kennengelernt, die gesagt hat, komm mal her, komm mal her, wir gucken uns das mal an, ja. Ich sehe, da ist noch einiges. Und ich dachte mir, ja, warum denn nicht? Und dann haben wir in einem wunderschönen Setting im Regenwald unsere erste Zeremonie gemacht. Und ja, das hat mich zurück zum Ursprung gebracht. Ja, krass. Ich durfte noch keine 5MEO-Erfahrung machen. Ich weiß auch warum. Ich möchte den Zeitpunkt abwarten, wo ich mich da richtig, richtig mit verbunden fühle und dann da reinfallen lassen kann. Es ist noch nicht an der Zeit. Deswegen freue ich mich, wenn das irgendwann mal passiert. Wie sagtest du? Und ich habe ein paar schon auf dem Podcast gehabt, die so, ja, ich habe noch nie eine Erfahrung gemacht. Ich habe mal früher, also Alkohol kenne ich in meinen Joint probiert oder so. Und dann habe ich das mal so gemacht. Und ja, da kriege ich immer Gänsehaut und denke mir nur, boah, was das für ein Schockschusssystem sein kann. Wie wichtig auch da, gerade dort, es ist mit der richtigen Person, in dem richtigen Setting, mit dem richtigen Set, das Ganze begleitet zu bekommen. Und vielleicht kannst du mal in deinen Worten, und das ist gerade bei der Substanz wahrscheinlich unmöglich, Worte reichen nie dafür aus, aber so gut es geht, zu beschreiben, was in der potentesten psychedelischen Substanz, die wir kennen, in einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeit, also der Trip geht sehr kurz verglichen mit einem LSD-Trip, mit einem Pilztrip, Ayahuasca. Wir reden hier über Minuten, also 20 Minuten, 30 Minuten, kurze Zeit, rein, raus. Aber was in der Zeit passiert, was aus irdischer Zeit nichts zu tun hat oder damit nichts zu tun hat, vielleicht kannst du, wenn du dich daran zurückerinnerst, mal beschreiben, was passiert ist, wie diese Reise zum Ursprung sich angefühlt hat, was ist überhaupt der Ursprung und gleichzeitig, was es mit dir zu dem Zeitpunkt, wo du da in deinem Leben warst, gemacht hat. So, wenn man sich das nochmal vorstellt, okay, deine ganze traumatische Geschichte, du hast da durch diesen Dula-Kurs verstanden, ach du Scheiße, okay, das, wo meine Adoptionseltern mir gesagt haben, hör auf, da hinzuschauen, das wurde irgendwann weggeschlossen, du hast ganz lange Zeit nicht gefühlt, bist dann durch diese Healing-Odyssee gegangen und hast da so die Augen geöffnet bekommen, so, da müssen wir hingucken, zum Ursprung von dir, wo hat es begonnen? Und du wusstest gleichzeitig, Scheiße, da sitzt der tiefste Schmerz in mir, auch in der von meiner Mutter und diese ganze emotionale Schmerze da mit drin hängt und vielleicht hast du da schon gespürt gehabt, okay, ich konnte das bisher nicht, weil es zu krass war und auch ohne diese Substanzen ist es oftmals nicht möglich, dahin durch unsere ganzen Mechanismen und wie unsere Psyche funktioniert, die uns schützen möchte vor diesen Urverletzungen, deswegen sind diese Werkzeuge so, so, so effizient und so hilfreich dabei bei dieser Heilungshaber, wenn sie bewusst eingesetzt werden für diesen Zweck. Ja, vielleicht kannst du da einfach mal versuchen, für die Zuhörer zu beschreiben, was das mit dir und deinem System gemacht hat in diesem Prozess. Ich muss dazu noch sagen, ich hatte mich vor dieser Erfahrung von dem Vater meiner Tochter getrennt und war in dieser ganzen Bali-Zeit auch einfach ein Wild, würde ich sagen. Ich hatte keine wirkliche Verbindung, ich habe gesucht, gesucht, ich war rastlos, weil ich wusste, ich kann nicht nach Hause kommen, bevor ich an die Essenz gekommen bin. Ja, ich habe gemerkt, ich kann meine Tochter nicht gut spüren, ich weiß nicht, soll ich jetzt hierbleiben in Bali, habe wirklich so an jeden Strohhalm gegriffen, den ich irgendwie finden konnte und habe mich immer wieder ein Stück dabei verloren. Ja, und deswegen also diese Erfahrung oder dieses Geschenk, was ich bekommen habe, ich habe so oft für Führung gebetet, also wirklich in Bali, ich bin zu den Tempings gebetet, bitte sag mir, was das ist, dass ich nicht in Beziehung gehen kann, dass ich alle möglichen Mechanismen, Manipulation, Lügen, einfach nicht wirklich wahrhaftig in Beziehung sein kann, so zeigt mir bitte den Weg, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich merke irgendwas, ruft, aber ich kann den Weg nicht finden, sondern es wurde erhört, wie in Bali. Ja, tatsächlich alle Gebete erhört werden und ich habe diese unglaubliche Schamanen kennengelernt und bin in den Ursprung gefallen, ja. Und das Gefühl kann man, wie du sagst, nicht beschreiben, es war, wie es auch viele andere beschreiben, ich glaube, anders kann ich es mit unseren limitierten Worten nicht beschreiben, es war das Licht, zurückzureisen in den Kern, es war pure Liebe, es war ein Auflösen von jeglichen körperlichen Beschränkungen von Sprache in eine andere Dimension, ja. Und ich dachte, okay, alles klar, ich bin zu Hause, ich bin zurückgekommen. Auch alle Geschichten haben sich aufgelöst, Adoption, nicht Adoption, weggegeben, weggelegt, Traumata, alles, alles hat sich aufgelöst in diesem Licht, alles war Licht. Und dann der zweite Schritt war, okay, ich muss ja wieder aus diesem Licht zurück, ich kann hier nicht bleiben, nachdem ich, wie du gesagt hast, die Erfahrung dauert zehn bis zwanzig Minuten, ich muss wieder zurück. Und auch diesen Weg habe ich komplett gesehen. Ich bin aus der Einheit zurückgefallen, ja, wurde gezogen in diesen menschlichen Körper und wusste auf halbem Weg, okay, ich habe meinen Karma gesehen, ich habe gesehen, was ich erleben werde auf dieser Erde, wofür ich mich eingeseimt habe. Ja, jede Seele entscheidet sich für diesen Weg. Auch hier ein wichtiger Punkt, wir sind kein Opfer unseres Lebens, wir haben uns entschieden, mal, ja. Schwer zu verstehen oft, hätte ich auch zu ganz vielen Zeitpunkten nicht verstanden, hätte gesagt, es können nur irgendwelche Spiris sagen, sowas, es ist einfach nur unfair, ich bin ein Opfer. Und da habe ich es gesehen, okay, ich habe mich dafür entschieden und da dachte ich, nee, ich will nicht. Es kam eine Riesenpanik, wirklich diese Existenzangst, wenn wir aus der Einheit fallen und immer mehr uns dieser dreidimensionalen Welt, ja, wo auch das Vergessen eintritt. Ja, wir vergessen, wofür wir uns eingeseimt haben, wir vergessen auch unsere Seelenmission, ja, diese erste große Trennung, ja, nicht von der Mutter die erste Trennung, sondern aus dieser Einheit in diese Density der Erde zu fallen, ja. Und da sind bei mir wirklich, ich habe geschrien, ich habe gesagt, dass ich will nicht hierher, da bitte, bitte lass mich da bleiben, ich möchte das nicht. Und auch habe diesen unglaublichen Widerstand gegen das Leben und gegen die Welt. Die Welt ist kein sicherer Ort, so der nächste Glaubenssatz. Ich kann hier auf gar keinen Fall sein. Bitte, lieber Gott, nimm mich wieder zu dir. So konnte dann natürlich auch die Selbstmordversuche besser verstehen. Ich hatte immer mehr Angst vor dem Leben als vor dem Tod. Und das habe ich nochmal spüren dürfen. Ich hatte gar Gänsehaut, die ganze Zeit. So krass, wenn man Erfahrung mit Substanzen hat und sich, auch selbst wenn ich noch keine fünf Erfahrungen hatte, ich mir so gut vorstellen kann, was da passiert. Und vor allem der Weg zurück, den du gerade beschrieben hast, zu einmal ins Licht, zum Ursprung, zu dieser, wo alles herkommt, wo alles zurückgeht, wo alles eins ist, du hast gesagt, der Einheit, der Non-Dualität. Alles ist dort. Es gibt keine Konzepte. Es gibt nichts, was der menschliche Verstand analysieren, verstehen, konzipieren muss. Es ist einfach alles im reinen Seinszustand. Der perfekte Frieden, Licht, Liebe. Für jemanden, der noch nie eine Erfahrung gemacht hatte, noch nicht in so einem Ort war, und ich durfte das vor drei Jahren auch erfahren, mit einer anderen Substanz, aber dieser Moment hat mich seitdem nie wieder verlassen. Der hat mich die letzten drei Jahre immer wie so ein führendes Licht geguidet. Wir hatten es gestern auch besprochen in dem Kreis. Das Gefühl, das sich seitdem eingestellt hat, bei mir ist Urvertrauen. So wie du habe ich mein Leben lang gesucht, 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 im Job, in Frauen, in Luxusreisen, alles probiert, die Welt erkundet, wo ist es, was brauche ich noch. Doch nichts hat mir diese Antworten gegeben, bis zu meinen eigenen Erfahrungen, die ich hatte, wo dann klar wurde, ah ja gut, dieses Gefühl hast du schon immer vermisst und deine ganze Reise, dein Quest hatte ich bis hierher geführt, um diese Erfahrung jetzt machen zu dürfen. Und dann bin ich nicht wie auf 5MEO so rauskatapultiert worden. Bei mir hat es einen Monat angehalten und dann bin ich langsam wieder zurück in meine Strukturen, Glaubenssätze, Limitierung und so weiter. Und bin jetzt seitdem maßgeblich daran am Arbeiten. Bei der 5MEO-Erfahrung dieses, in deinem Fall, alles wurde zerschlagen, deine ganze Lebensgeschichte bis dahin, deine ganze Schmerz-Odyssee, dieses ganze unendliche Leid mit einem Glockenschlag so weg. Du schwebst in einem Zustand voller Akzeptanz von dem, was ist und es gibt keinen Schmerz. Es ist alles weg, körperlich, emotional, seelisch, weg. Und du sagst so, hier möchte ich für immer bleiben. Hier gehöre ich auch hin. Hier werde ich auch wieder herkommen. Hier bin ich gekommen. Don't take me away from here. So, ich will hier bleiben. Bei mir war es so, damals, dieser Zustand war noch gepaart mit so einem körperorgasmischen Gefühl. Das war so intens, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, take me out of here, weil es zu krass. Es war zu viel an Liebe, zu viel von diesem unglaublichen, ekstatischen Gefühl. Aber bei dir ging es dann wieder zurück. Und wie du sagtest, die Welt ist kein sicherer Ort und deine ganze Geschichte nochmal. Und oh Gott, jetzt komme ich zurück. Und ich weiß, ich bin noch nicht durch diese ganze Arbeit durchgegangen. Das fängt vielleicht jetzt gerade erst an, weil jetzt habe ich überhaupt kapiert. Da geht die Arbeit hin, scheiße. Und dann zu sehen, wie viel noch vor einem liegt auf der einen Seite, um durch diese ganzen Traumata und diese Schmerzebenen durchzuarbeiten auf dieser Bewusstseinsreise, um irgendwann mal vielleicht in diesem Leben oder im nächsten Leben diesen Zustand, den du da kurz erfahren durftest und Psychedelika helfen, wie in so einer Art, wir gucken einmal durch Schlüsselloch durch und können dadurch sehen, was dahinter passiert, die eigentliche Wahrheit und kommen dann wieder zurück und haben dann die Wahl. Gehe ich jetzt diesen Weg ohne Substanz, mit meiner eigenen spirituellen Arbeit, mit der Praxis, die ich etablier, etc. arbeite an mir durch Therapie, egal wie, Yoga, den Buddhismus, der mir dann gefällt oder whatever und gehe dann auf meinen eigenen Weg und versuche mich diesem perfekten Seinszustand immer mehr zu nähern oder sage ich, nee, das ist mir alles zu viel. Das ist too much, weil es bedarf täglicher Arbeit und wirklich ein richtiges Commitment. Ich bin fast der Überzeugung oder ich bin der Überzeugung, dass wir ohne so eine unglaublich starke Erfahrung wie durch 5-MEO, eine Ayahuasca, eine Pilzerfahrung, wo einmal diese Ketten gesprengt werden, die ist so sehr auf einem Lasten, einmal die Verbindung hergestellt wird zu diesem, wow, so ist es und wir dann wieder zurückkommen. Diese Verbindung, da haben wir auch die letzten zwei Tage zugesprochen, zu diesem Ursprung, wenn die einmal da ist, dann geht die nicht mehr weg. So fühlt es sich für mich an seitdem. Die Erfahrung ist drei Jahre her und die ist nicht mehr so präsent, aber das Erinnern an die Erfahrung bringt es immer wieder zum Vorschein und dieses tief im Untergrund liegende Gefühl von Vertrauen an diese Verbindung zu diesem Ursprung, weil das die Wahrheit ist und die wurde einmal erfahren, gelebt, gespürt, die verlässt mich seitdem nicht mehr. Das hat bei mir alles geschifftet. Meine ganzen Fragen, die ich davor hatte, was muss ich tun, wie viel muss ich tun, Beziehungen, wann ist die richtige da, diese ganzen Fragen, die waren weg, wurden ersetzt mit, das wird sich alles klären. Und das ist schwer zu begreifen, wenn man diese Erfahrung nicht im Rucksack hat, aber es hat sich angefühlt seitdem wie diese Rastlosigkeit, das ist das Wort, das ich immer genutzt habe, um mein Leben zu beschreiben, immer hier, 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 noch mehr, noch mehr, das muss alles noch mehr, weil wenn ich noch mehr mache, dann irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, it's good enough. Das hat sich damit ganz krass geschifftet. Und seitdem ist diese Arbeit und diese Reise sehr viel mehr dem gewidmet, mehr in dieses Vertrauen zu gehen, in dieses eigene Schöpfergeschenk und aus dieser Verbindung mit mir selbst das kreieren zu können, was ich tatsächlich eigentlich schaffen möchte. Ohne Zwang, ohne Vorstellung von, was ich eigentlich tun muss, wer ich eigentlich sein muss, sondern der bin ich. Und wie abstrus und skurril, nicht der zu sein, der ich eigentlich bin. Und das mal erst zu kapieren. Und dann zu checken, okay, ja, die Scham und dieses, oh Gott, was denken. Und alles, was da halt an Schichten drüber liegt. Da die Arbeit reinzustecken und zu wissen, that's the way, dass ich das Leben führen kann, was ich mir eigentlich wünsche, schon immer gewünscht habe. Und jetzt mal zu wissen, da ist auch eine Fahrbahn, die ich gehen kann davor, weil es mir keiner gesagt hat. Und in der Schule wird es nicht beigebracht, im Studium auch nicht. So, das ist die eigentliche Schule. Und der Rest will follow. So, der richtige Job, die richtigen Menschen. Jetzt sitze ich hier mit dir. Das ist so, alles ergibt sich danach. Die richtigen Menschen kommen dazu. Die, die nicht mehr taugen, werden losgelassen. Toxische Sachen verlieren die Wichtigkeit. Und der ganze Organismus schreit nach eigener Entfaltung und nach dieser Selbstfindung. Und alles im Leben, wie so ein Puzzle, setzt sich dann automatisch zusammen, wenn wir wieder zurückkommen, mehr in dieses Vertrauen und in diesen Ich-werde-geführt. Und wenn ich loslasse von diesen ganzen Vorstellungen, Konzepten und Annahmen und durch dieses Vertrauen mein Leben lenken und führen lasse, dann würde schon alles passieren. Und dann weiß ich, dass du jetzt nach dieser krassen Ursprungserfahrung und das ist vielleicht das, was ich hier noch hinzufügen möchte. Du bist dann nicht nach Hause und hast gesagt, yo, peace, that's it, I got it, let's go. Sondern du hast mit dieser Schamanne noch, ich glaube, monatelang integrative Arbeit gemacht. Das muss man sich in deinem Fall vorstellen. Okay, du wurdest einmal zurückkatapultiert mit einer Rakete. So, zack, das ist dein Urtrauma. Diese Todesangst. Wirklich, ich sterbe, wenn ich in dieses Gefühl komme. Ich sterbe. Die Körpersensation dabei auch. Panik, Herzstillstand, Schweiß, was auch immer da passiert im Körper. Die körperlichen Symptome. Diese zu fühlen und zu ertragen. Gehalten zu werden darin. Und durch diese Angst, die noch in meinem Körper steckt, hindurch zu gehen. Dass das die Arbeit ist dann in der Integration. Und dass das die meisten Leute da draußen noch nicht kapiert haben. Wenn wir über psychedelische Arbeit sprechen und Integration. In diesen Situationen, vor denen wir am meisten Angst haben, uns fürchten, da geht es rein. Und das zu fühlen und zu fühlen und zu fühlen und zu fühlen. Und dann zu kapieren, wenn ich es einmal gefühlt habe, dann verschwindet die Angst vor diesem Gefühl. Weil ich es dann erfahren habe und nicht mehr davor wegrennen muss. Aber es geht nicht ohne das Fühlen von diesem Schmerz. Und vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen, wie das dann danach war für dich. Das war ja auch dann neu. Du hast angefangen mit Yoga und durch das Coaching einen systemischen Ansatz gefunden für dich. Aber dann mit dieser Substanz und ich sage mal Schamanismus. Dann vielleicht auch die Brücke zu deinen Wurzeln, weil du kommst nicht aus Deutschland. Und das alles, wie das dann dein Leben geschifftet hat von, ich bin systemischer Coach und Doula. Jetzt kommen noch diese Substanzen hinzu. Und ja, aber die du jetzt machst und die wir beide so lieben und beide gemeinsam haben. Wie hat das nochmal deinen Blick auf diese Coaching-Persönlichkeitsentwicklungsarbeit und was du dann gemacht hast, wie hat sich das bemerkbar gemacht und geschifftet? Ja, gute Frage. Ich arbeite jetzt seit über zehn Jahren als Coach tatsächlich und als Trainer. Und ich glaube, dieses Erlebnis, was ich da haben durfte, hat, was die Substanzen ja machen, unsere Arbeit sich zu weiten. Nicht in einem Tool zu verhaften, nicht in ich bin systemischer Coach, sondern wirklich diesen 360-Grad-Blick zu bekommen. Und zu schauen, was gibt es da noch, ja, was gibt es von oben, was gibt es von unten, ja, die Erde, das Universum. Und das hat es einfach aufgemacht, ja, zu merken, da gibt es noch so viel mehr. Und diese Arroganz von uns als menschliche Speziele zu denken, wir wissen irgendwas, ja. Sondern demütig zu werden und zu sagen, okay, ich weiß gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und ich darf mich in diesem Leben zur Verfügung stellen, zu erfahren, was Leben eigentlich ist. Das ist die Erfahrung, die wir machen dürfen, nicht mehr und nicht weniger. Und da begegnen uns all diese Dinge, die uns begegnen. Und wir dürfen es einfach surfen, ja. Und die Erlaubnis zu bekommen, ein Explorer zu sein in diesem Leben. Und wie du gesagt hast, ich durfte weiter mit der Schamanin arbeiten. Ich habe weiter auch mit derselben Substanz gearbeitet. Und die ersten Reisen waren tatsächlich nur da drin, dass sie gesungen hat, dass sie sich ganz nah an mich gelegt hat, ja. Und immer wieder dieser selbe Prozess. Ich komme auf die Erde und mein Nervensystem lernt, es ist ein sicherer Ort, ja. Und durch die schamanische Kraft, wirklich die Seele wieder in den Körper zu singen, ja. Die Seelenanteile, die sich wirklich auf dem Weg schon verabschiedet haben, zu sagen, das mache ich nicht, ja, nicht erst bei der Geburt, sondern schon davor. Ich spreche mittlerweile von Seelenaspekten, die einfach nicht in den Körper zurückgekommen sind, ja. Dieses Licht, was sich nicht komplett entfalten durfte in dem Zeugungszustand. Und was ich dann erfahren habe danach, ist ein Gefühl von, okay, ich habe Verantwortung. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, ja. Es war total gut, dass ich in Bali war. Auch schön, dass sie da hier waren. Aber ich habe eine Verantwortung. Auch wieder nicht zu wissen, wie geht es eigentlich. Ich habe zum ersten Mal damit konfrontiert worden, was ist eigentlich eine Mutter? Ich kann gar keine Mutter sein. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Auch zu sehen, was ich in meinen ganzen Beziehungen mache, ja. Wo ich den Vater, den ich im System so lange gar nicht gespürt habe, ja. Wo ich in Aufstellungen mittlerweile weiß, dass er möglicherweise gar nicht weiß, dass ich geboren bin. So hat es sich auch angefühlt. So meine Mutter, die habe ich gespürt irgendwo. Aber mein Vater, ja, was ich damit dann in meinen Beziehungen ausagiert habe. Männer, die bitte für mich verantwortlich sein sollten. Ja, da auch ein großer Anspruch immer. Das durfte ich erfahren, ja, zu sehen, was es in Beziehungen mit meinen Kindern macht. Ja, fast wieder das Muster zu wiederholen. Ich bin jetzt in Bali und suche mich irgendwie selber, ja. Und damit erst mal zu sein, nicht die Antwort auf alles sofort zu wissen, ja. Weil unser Mind sagt ja dann, okay, alles klar. Ich lese jetzt dies, ich lese das. Das muss sich doch jetzt anders anfühlen. Immer wieder da reinzugehen. Es ist der Weg und das ist die Heilung. Das ist die Heilung, die meine leibliche Mutter sehr wahrscheinlich nie hatte. Das ist die Heilung, die meine Eltern nicht hatten, meine Adoptiveltern. Das ist die Heilung der Gesellschaft, die einfach erkrankt ist, daran alles verstehen zu wollen, analysieren, einen Quick-Fix in einer Zeremonie zu suchen und zu sagen, okay, jetzt muss ich es doch wissen. Ja, es ist der Weg und es war nicht leicht, ja, immer wieder in Kontakt mit der Schamanen zu sein, immer wieder in Kontakt mit anderen Leuten, die dann auch psychedelische Arbeit gemacht haben, mich da drin immer wieder rein zu entspannen, zu sagen, es ist der Weg. Habe dann meine Zelte in Bali abgebrochen, habe gesagt, okay, ich gehe jetzt zurück nach Deutschland. Ich werde in ein Loch sehr wahrscheinlich fallen, was auch passiert ist. Ich bin hier mit nichts gestartet. Mittlerweile weiß ich, es musste so sein, ja. Mein Ex-Partner, ja, es war schwierig, dann auch wieder in Kontakt zu kommen, was ich im Nachhinein sehr, sehr nachvollziehend verstehen kann. Also auch ein großes Unverständnis im Nachhinein für eigene Prozesse, weil Leute irgendwann nicht mehr wissen, wer bist du eigentlich, wo bist du eigentlich, ja. Also die Veränderung mitspüren, auch alle Schattenseiten auch mitbekommen haben von mir, ja, und mit diesem Wandlungsprozess einfach auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja. So, wir sind nicht darauf, ich sag mal, konditioniert, Wandlungsprozesse wirklich mitzugestalten, auch in Menschen. Wir brauchen immer Sicherheit, alles bleibt genau so, wie es ist, ja. Das kann ich auch in mir beobachten. So meine Freunde, sehr schön, wenn die immer so bleiben, weil dann bekomme ich irgendwie über das und das und weiß, woran ich bin, ja. Und im Nachhinein mache ich da auch niemanden irgendeinen Vorwurf, ja, und auch nicht mir. Und bin dann aber tatsächlich hier in Berlin angekommen, man muss sich das vorstellen, so Bali, Sonne, die unglaublichsten Learnings da von dieser unglaublichen Insel. Jeder, der schon mal da war, kennt die Magie, nach Berlin zurückzukommen und mit, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts dazustehen, ja. Hatte dann Airbnb im Prenzlauer Berg und dachte so, okay, danke. Und jetzt? Super, es war doch alles umsonst, ja. Ich bin jetzt hier, bin irgendwie alleine, habe keinen Partner mehr, ja. Meine Freunde haben sich natürlich auch gefragt, also klar, meine engsten Freunde waren immer an meiner Seite, bin ich auch sehr dankbar. Aber es war so ein bisschen, aha, gut, so. Und was mich aber natürlich nicht verlassen hat, ist dieser Ursprung, ja. Und dafür saß ich jeden Morgen auf meiner Yoga-Matte, habe Yoga gemacht, habe gebetet und habe gebetet für Führung. Das war das, was meine Schamanin mir auch mitgegeben hat, mit der ich auch danach in Kontakt noch war, die immer gesagt hat, frag, frag nicht deinen Kopf, frag nicht im Außen, sondern bitte in deinem Herzen, aus deinem Herzen heraus nach weiterer Führung. Und die kam dann, und das ist tatsächlich auch sehr schnell. Drei Wochen, vier Wochen, nachdem ich zurück war, ist dann eine neue Lehrerin und eine neue Substanz und die weitere Arbeit bekommen. Ich weiß, du hast dann danach sehr, sehr, sehr viel mehr Substanzerfahrung sammeln dürfen. Es ging dann bei dir auch zurück irgendwann zu deinen Wurzeln. Und ich rede jetzt nicht von der Geburt, sondern sprichwörtlichen Wurzeln, wo du und deine Lineage eigentlich herkommt und wie wichtig das dann auch für dich war. Dann bist du auch mit den indigenen Wurzeln in Kontakt gekommen, die in dir fließen, die in deinem Blut, in deinen Adern läuft. Und ich habe sie jetzt die letzten zwei Tage erfahren dürfen, die Magie, die dann damit auch einherkam. Mehr Substanzarbeit, immer mehr in dieses Vertrauen, der Ursprung, der dort gelegt wurde. Die verschiedenen Substanzen haben alle eigene einzigartige Eigenschaften. Nachher helfen sie alle bei dem gleichen Ziel und zum gleichen Zweck, und zwar die Verbindung mit uns selber zu spüren im Herzen, in der Liebe, in dem, was eigentlich die Essenz von uns ist. Und wir sparen uns das, glaube ich, für weitere Folgen auf, dass wir über andere Substanzen sprechen, weil da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Spannende, die da deinen Weg gekreuzt haben. Ich würde gerne, so um den Bogen zum Abschluss zu finden, deine Geschichte nutzen nochmal als perfektes Beispiel für wie ein Leben hier auf der Erde in einem menschlichen Körper ablaufen kann. Durch die Tiefs und die Highs und für die Menschen da draußen, die sich angesprochen fühlen in irgendeiner Art und Weise durch deine Schicksalsschläge, deine Geschichte, aber vielleicht gerade in einen dieser Etappen stecken, wo du drin warst. Suizidversuche, schwerste Depressionen, ich bin lost, keiner versteht mich, ich werde hier durchgeschubst, aber keiner hat wirklich Ahnung, wie es mir geht. Ich spüre die Verbindung nicht, ich fühle keine Liebe, ich spüre generell nicht, was ich bin, wo ich bin, was ich will, lost einfach. Fette Fragezeichen. Und in dieser ganzen Suppe soll ich irgendwie jetzt noch eine Karriere machen und von mir wird das verlangt und das. Und scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und diese Frage, diese existenzielle Frage nach, warum mache ich das? Was mache ich eigentlich? Kann mir hier keiner irgendwie eine Antwort geben und in irgendeiner Art und Weise sich darin wiederfinden. Die Hoffnung, die ich habe, auch mit dieser Folge, ist, dass Leute wirklich Inspiration finden. Und das Wort Inspiration ist schön, was heißt Inspire, in Spirit, da mehr zu sehen drin. Und deine Geschichte, wie so viele, ist für mich der Beweis dafür, dass sehr, sehr, sehr oft, wenn ich immer, die eigene Leidensgeschichte nachher, wenn sie als das erkannt werden darf, dazu führt, dass sie zu dem größten eigenen Geschenk wird. Für sich, für den eigenen Weg und später dann auch, um Purposework zu machen für die Welt da draußen, diese Lehren und diese Geschenke dann zu teilen mit der Welt. So, jetzt kann keiner, der so eine Erfahrung wie du, als Säugling ausgesetzt zu werden, diesen Schmerz und dieses Verlorensein so nachempfinden wie du, weil du das erfahren hast. Deswegen kannst du in Zeremonien, in Räumen, die du dann hältst, für Leute, die kommen und sagen, ich fühle mich allein und verloren, nicht nur sagen, einfach auch da sein für den Menschen und sagen, I feel you. Ich weiß 100 Prozent, wie du dich fühlst und dadurch diese Verbindung herrschen kann, die diese Menschen sehr, sehr, sehr lange suchen. Und nachher geht es um Verbundenheit, immer um Verbindung, um Kontakt mit uns und diesen Anteilen, die wir schon lange nicht mehr gefühlt haben, die wir abgespalten haben, um nachher durch diese Kontakarbeit, die wir dann mit diesen verschiedenen Parts nach und nach und nach in einem stetigen Prozess, nicht hau ruck alles auf einmal, eine Psythosobien-Erfahrung, nicht jetzt ist es soweit, sondern Step by Step by Step sich zu committen auf den Weg, der strukturiert von sich gehen kann, wo es wirklich auch einen Start und ein Anführungszeichen ein Ende gibt und dass es sich besser anfühlen wird auf dem Weg. Dass es nicht heißt, okay, wie jetzt hier alle Doktoren mir gesagt haben, du wirst niemals und vergiss es und du wirst in 30 Jahren vielleicht irgendwann nicht im Rollstuhl landen, sondern, nee, es gibt da einen Weg, es gibt die Werkzeuge und es ist ein Proven Path, der funktioniert, wenn man sich darauf einschreibt und den Eigenwillen mitbringt, den es braucht, ohne geht es nicht, diese Arbeit zu machen, die nicht leicht ist, aber der einzige Weg, um da rauszukommen. Ich sage das oft hier, einer meiner Lieblingssprüche, the way out of hell is through fire. So, es geht nur durch, es geht nicht drum rum, es geht nur da durch und da geführt zu werden und mit dem systemischen Ansatz durchzugehen, es fühlt sich an wie Etappensiege, es wird die Angst angeschaut, die Angst wird erfahren, ich kann plötzlich Angst spüren, ich muss nicht davor wegrennen. Oh, jetzt kommt die Schuld, die Schuld, dass ich nicht da war, dass ich nicht die Mutter sein konnte, dass ich meine Mutter so behandelt habe, jetzt fühle ich die Schuld, jetzt kann ich die Schuld, plötzlich hört meine Schulterschmerzen auf, weil psychosomatisch alles miteinander zusammenhängt, oh geil, also da passiert auch was und dann nähere ich mich nach und nach und nach diesen ganzen Themen und auf diesen Prozessen merke ich jedes Mal eine neue Ebene, mehr Raum in mir, mehr was rein kann, mehr was ich mir anschauen kann und dann die nächste Runde und die nächste Runde. Und ich sage das hier, bevor ich an dich übergebe, für abschließende Worte, egal wo du da draußen steckst, egal wie du dich gerade im Moment fühlst und wie aussichtslos sich das anfühlen und aussehen mag, der ist Hope und es geht da raus. Es gibt andere Menschen, die diesen Weg gegangen sind, nur weil du sie noch nicht in deinem Umfeld hast und glaubst, da gibt es keinen, der sich mit diesen Themen auskennt. Das stimmt nicht, du hast sie nur noch nicht getroffen, die sind da. Ask for help. Finde erstmal die Leute und dann frag nach Hilfe und wenn du wirklich möchtest, dann lass dich auf diesen Prozess ein, auf diese eigene Reise, auf die Reise zu dir, auf deinen Heilungsweg und versuche jetzt schon in diesem ganzen Schmerz das Geschenk zu sehen, was dahinter liegen kann. Vielleicht durch solche Gespräche wie jetzt mit dir. Und da vielleicht zum Abschluss deine Worte, die du noch an die Menschen da draußen richten möchtest. Und ja, ich freue mich auf die Arbeit, die wir zusammen machen werden, aber die Worte, die dir gerade noch einfach präsent sind, die du da an Zuhörer draußen richten möchtest. Am Ende des Tages durfte ich mich auseinandersetzen mit der größten Angst in dieser Welt und das ist mit dem Tod. Ja, wirklich hinein zu sterben in das Neue. Und wir tun alles, um das nicht zu fühlen. Alles, alles in unserem System beruht da drauf. Unser Ego am Leben zu erhalten. Und das Ego ist was Tolles, das möchte ich gar nicht sagen, aber sich wirklich einzulassen, ja, in das Unbekannte, was letztendlich dann auch der Tod ist. Und wir kennen das aus den Reisen. Ich sterbe immer wieder in das Neue hinein, ja. Und der Punkt, wo wir aufgeben, und jeder kennt das, jeder in seinem Leben hat einen Punkt, wo ich sage, ich gebe auf, sei es in einer Beziehung und ich lasse los, ja. Was das für ein Gefühl ist. Das ist wahnsinnig viel Schmerz und in diesem Schmerz liegt einfach eine Riesenhoffnung. Und das wünsche ich jedem und jeder, die zuhört, es gibt immer Hoffnung, egal wie dunkel es ist, ja. Und das nie zu vergessen, sich Hilfe zu holen, die Hilfe vielleicht auch zu suchen, da, wo man sie sonst nicht sucht. Und ich möchte nicht sagen, und du auch nicht, das weiß ich, dass es ein Quick-Fix ist, dass jeder sofort in der tiefsten Depression Substanzen, Strichmedizin zu sich nehmen sollte. Auf gar keinen Fall. Ich habe Klienten, mit denen ich Monate, Jahre arbeite, bis die erste Erfahrung reif ist, das zu tun. Ich bin sehr dankbar, dass der Groundwork wirklich erst mal alle Ausbildungen waren, die es irgendwie gab. Yoga, systemische Arbeit, Ritualarbeit, alles ohne Substanzen, dass ich das jetzt quasi wie die Kirsche auf der Torte nutzen kann. Also die Achtsamkeit mit sich selbst, auch dafür, bevor ich mich so einem Erlebnis öffne. Und das wäre es, glaube ich. Und vielleicht noch das Letztes, was ich bei mir so sehr beobachtet habe, aber auch in der Gesellschaft, ist das Urteil, was wir über uns selber haben, zu verurteilen, wer wir sind, was wir machen, die Substanzen zu verurteilen, die Psychotherapeuten zu verurteilen, die Medizin zu verurteilen, unser Leben, unser Vater, unsere Mutter. Das wird alles im Heilungsprozess aufgelöst, das habe ich erfahren. Und trotzdem als Denkanstoß einfach das wirklich in sein Herz zu nehmen. Ich habe sehr viel Urteil erfahren über meine eigene Geschichte, über meinen eigenen Weg. Auch jetzt glaube ich nicht, dass mich jeder noch versteht. Viele Menschen haben auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wer du bist, kann ich auch nicht mit umgehen, weil sie einfach sich selber konfrontiert sehen, da drin. Ich war offen für Gespräche, viele wollten es nicht. Und dass das auch okay ist. Und gleichzeitig, wenn wir nicht aufhören, zu verurteilen, dann wird die Welt immer so sein, wie sie ist. Und was du gesagt hast, letztendlich sind wir Liebe und uns immer wieder daran zu erinnern. Und das Licht nicht zu vergessen, immer wieder. Ja, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und für die gesamte Arbeit, die du machst, die ich sehr, 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 sehr schätze, jetzt selber erfahren durfte. Unglaublich wunderbar, was du machst. Und ja, ich freue mich auf das, was kommt. Wir haben gemeinsame Dinge vor. Mehr dazu auch hier in weiteren Folgen. Jetzt erst mal Merci. Ich weiß, du darfst sie jetzt auch erholen. War anstrengend, die letzten Tage. Und ja, super geil. Vielen, vielen Dank, Joanna. Und bis zum nächsten Mal.